Für den Raum von Skellige, Reihen schließen! Damit jetzt hat der PC wieder funktioniert und habe jetzt gestern meinen PC wieder zusammengebaut, weil mein neues Mainboard gekommen ist, das ja defekt war und ich bin am Zug, okay, ähm, genau, und ja, dann habe ich den PC den ganzen Abend zusammengebaut, getestet und dann ging immer noch nichts und ich habe mir gedacht, warum, warum geht da nichts, das gibt es doch wohl nicht. Was ist da jetzt noch? Und anscheinend war doch mehr gut als nur das, ähm, als nur das Mainboard, sondern es war anscheinend auch noch, ähm, der Prozessor und der Arbeitsspeicher, wo anscheinend nach, ähm, defekt ist und somit habe ich das jetzt auch noch, ähm, ja, zurückgebracht, oder zum, äh, wieder heute ausgebaut. Und für die Reklamationen bereit gemacht, äh, nervig. Naja, ich hoffe, damit es jetzt dann eine Woche wieder alles funktioniert. Ich nehme jetzt zwei, drei Runden auf, mehr nicht. Für mehr habe ich momentan einfach nicht so viel Zeit. Ja. So. Dann für Goldmärzer noch. Ah, okay, gut. Dann machen wir es auch so. Ja, ich hoffe, das haut jetzt dann am Ende der Woche wieder hin, damit ich wieder meinen PC aufnehmen kann. Es war auf jeden Fall nervig. Ich habe heute den ganzen Tag über einen Fehler sucht gemacht. Das ist echt nicht schön. Ah, na, endlich. Wir gehen hier, der Jungfrau, Mutter und Mume. Oh, okay. So, ich spiele jetzt als nächstes die Karte hier. Oh, zweimal klar. Es können, oh, es wird schön. So. Bist du einer der unseren oder nicht? Und ich möchte einmal den haben. Du bist dran, mein Freund. Was schaust du? Das hatte ich gehofft. Fähigkeit, okay. Ich erhöhe mal den. Dann verdaufe ich mal ihn und dann machen wir viel zu Gold. Da, 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 da. Ich habe immer das Gefühl, ich mache hier ein lauter Fehler gerade, aber gut. Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt heute, ich glaube, zwei Stunden lang noch mal den Fehler sucht gemacht. Netzteil kontrolliert, ob das irgendwie Probleme macht. Dann, was habe ich noch getestet? Arbeitsspeicher umgebaut. Ach, alles Mögliche. Und, ja, wohl, die Übel ist jetzt der PC im Eim, momentan. Naja. Ich hoffe zumindest mal, damit er in naher Zukunft jetzt dann auch wieder funktioniert. Ah, der macht sich auch gleich Gold, okay. Jetzt die Frage, wen machen wir noch zu Gold? Den hinten? Zum Beispiel Siri. Aber so wie es aussieht, werde ich diese Runde verlieren. Ich habe alles falsch gemacht, was ich nur falsch machen konnte. Naja. Ja, ja. Und warum jetzt auch noch kein, weil ich heute nicht so viel Videos aufnehme. Ich habe gesagt, ich habe heute erst mal einen PC zusammengebaut und alles. Und, ähm, und habe jetzt dementsprechend auch, äh, nicht so viel Zeit heute. Ich muss jetzt auch noch für morgen, für übermorgen ein bisschen lernen. Ich habe zwei Aufnahmen für Motor Tijak. Und mir geht es nicht so gut. Und ich habe, äh, ja, drei rote Augen, weil jetzt bin ich noch ins Ringen gegangen. In der Schule bin ich auch nicht gegangen, weil es mir nicht so gut ging. Und, ja, das sieht momentan bei mir nicht so prickelnd alles aus. Ich nehme gerade auch Tabletten, das Nahanspeln, alles ist. Mal schauen. Ich hoffe, das wird demnächst wieder. Ähm. Vergold mir den noch. Dung. Ja. Er hat gewonnen. Jetzt passt er wahrscheinlich. Ja. Wird ihr genauso machen, wenn ihr zwei Karten hättet. Ah, ich war so blöd, habe alle Karten eingesetzt. Hm. Ja, ich hätte die Goldkarte aufgeben sollen. Naja. Okay. Schade, ich war zu blöd. Ich war zu blöd, ich war zu blöd. Naja. Hätte nicht alles da spielen dürfen. Ich, so blöd kann ich nicht sein. Naja. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Junge. Ich dir die 13 holen. Bin ich ehrlich. Du, der 13 hast du so gut gekonnt. Es geht nicht über einen Raubzug im Frühling. Hätte ich genauso gemacht. Gib lieber gleich auf. Gut, haben wir verloren. Irgendwie immer mal die Aufnehmen. Ich nicht oder verliere ich meistens unentschieden. Das ist echt schlimm. Naja, war ein gutes Spiel. Kann man nichts machen. Habe ich so blöd gemacht. Bis jetzt bei... 7 Minuten? 7 Minuten ungefähr. Nein, ganz. Naja. Gutes Spiel. Das ist ja nicht auch ein gutes Spiel. Oder sagt er nö? Ah, doch. Okay. Das finde ich, sollte man schon sagen, wenn man ein gutes Spiel gemacht hat. My only star. Ja. Ja, nur eine Runde. Naja. Weiter. Ein paar Punkte haben wir auch. Naja, gut. Alles gut. Dann wünsche ich euch einen guten Wachungsstart. Bei uns geht euch gut rum. Wir sehen uns morgen wieder bei Gwent. Und ich hoffe dann nach dieser Woche, damit mehr als nur Gwent jetzt nochmal kommt. Seitdem zwei Wochen, wo nur Gwent kam. Oder vielleicht noch mehr. Kommt auch an, wie der Prozess und wieder Ausbau kommt. Naja. Ich nehme es hier her. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.